da werden wir schon werden wir schon schaffen ja ich fand wir hatten da schon relativ im griff ja so ich bin bereit will ich auch auf ins getümmel und versuchen wir noch mal da sind wir schon dahinter oder okay dann haben wir wohl was es gibt der halt moment mal mal wieder am anfang da müssen wir wieder am anfang ja wir sind wieder am anfang nein nachkommen machen machen jetzt mal eben hier ganz schnell ja einfach mal befallender kadaver was für ein gestank sowieso neuer aufnahme ja wie ist ja eher an den anderen paar dran aber jetzt jetzt einmal sowieso werden ganz wieder ja zwei stunden das ist eine neue aufnahme ja fast schon ich glaube schon mal einfallen du machst du schon okay das ist gar nicht ganz am anfang glaube ich nicht ganz da steht mich mal nicht da oben hin weil ich habe sowieso keinen platz für irgendwas obwohl überhaupt nicht das ist doch haben ich muss es haben macht die typen hier wieder ja ich glaube ich hier und alles bleibt da wo du bist der machbar da muss man sich mal vorstellen das kann ich einsetzen kann ich die schule einsammeln gold 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 es ist keine schatzkisten aus plastik also nicht nur gold 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 ja jetzt kann ich ja warte mal tauschen war was mit dir weil die demo steht doch noch einer mann die schrottplinten munition und da gibt es mehr droht danach schon wieder platz frei jetzt muss ich wieder um klo ich habe gerade bei seinem besuch gestört ich habe gerade noch großes gesammelt er hat doch gar kein platz mehr jetzt bräuchten grünes kraut warum schieße ich überhaupt lade nach rutscht nicht mal kurz darüber den ratschlag gesehen der gebraucht hat das war ziemlich das war ziemlich mein freund kann ich eigentlich mitnehmen jetzt kann ich maschinengewehr munition und ich habe keinen platz mehr warte mal komm mal her ich kann jetzt habe ich noch wieder jetzt habe ich noch wieder das selbe problem und ich land dann ja ich muss ja runter gehen und du musst es mal du musst mir ein bisschen helfen ja weil wir sind eine menge leute immer wieder kommen also ich gehe eine etage tiefer ja du musst glaube ich ein paar leute haben mit helfen abzuschießen ja ich sehe sie aber ich glaube ich muss runter gehen ja ich kann hier runter gehen auf die aare oh gott wir haben alle beider auf mich nämlich kann den digga 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 die sich schnell wo ist meine heilung das ist so ein rotes cloud noch mehr sicher ok okay jetzt sind sie machen was langsam fähig da unten was bei der obermann ist wenn man noch bringt etwas maschinengewehrposition aber auch erst mal die tür auf echt hatte mit einschluss wert ist offen danke für das bisschen maschinengewehrposition gerade noch irgendwie ist ja immer noch musik ja das heißt das ist nur vorhin wo geht noch haha da und er lebt auf dem habe ich den kopf zertreten da liegt noch grünes kraus warte ich habe auch noch ein bisschen gewährung für dich wird er müssen ist holen und schrottgewerke haben ja waren zwei mann zwei patronen bis zum mussten habe ich habe ich so gut wie gar keine mehr egal ich habe auch noch zwei handgranaten da jetzt bitte ohne probleme ja das wäre schön so kontrollpunkt hat man aufräumt So, oh, eh, da unten. Oh, hinter dir. Au! Tschuldigung! Hör mal. Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal. da kommen wir hin aus dem weg man sieht den anderen erledigt auch keine muli da kommt schon die nächsten nein die wollte ich nicht einsammeln bei diesem park war man dann aber ruhig machen aber es dauern war da wird sollte auf der stelle wieder auf wir sollten einfach gehen wir sagen wir gehen einfach kommen wir gehen einfach wenn er steht gerade ein bisschen nach weg also ja ich hab noch ein bisschen geld erstmal kapazitäten verbessern ich auch ich hab dann schon bis dann einmal ich sollte ihn vielleicht mal mit meinem sniper gewählten kammer abschießen ein bisschen mehr schaden ich meine zeit noch gehabt um gehen wir noch ein stück zurück ich habe den wächter schlüssel wir sind da der zeit hinter dir der ging nur jetzt gerade so schnell ja okay also also du musst mit einem gewehr drauf schießen okay wenn ich die zeit darauf hin zu schließen da hast du bestimmt da hast du bestimmt ja wir stehen alle hinter dir ganz weit hinter dir weit hinter dir ja von da auch schon hinter dir genau mein ich erst mal chance haben ich glaube wir müssen die ein ja 3 mal zu mir kollege so nur also ich muss doch die frau Nein! Geh weg! Jetzt ist er da und komm, wir nehmen einfach den Schlüssel und gehen! Nicht ziehen weg, komm nicht ziehen weg! Ah nein! 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 Was ist das denn? Wenn er uns einmal hat, ne? Ja, wir hatten es doch schon! Zweimal, wenn ich sogar schon dreimal! Na warte, du! Warte, ich komme jetzt auf die... Näher kommen... Ah! Noch ein Moni... Noch ein Moni... Oh! Ah! 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 Alles, bam! Das Gericht! Die Bresse! Ach, da lebt noch! Ah, geht er weg! Ich muss hier noch treten! Ich weiß nicht, wo ich hände, auch ich glaube, der ist bei mir. Da ist hier noch eine Karte. Geh weg! Warte, ich komme da hin, komme da in die Ecke. Hehehe! Heheheh 여欄, hehehe. … 하지만 es meine・・・ so schlüssel nehmen und abhauen habe ihn nein make way coming through besser ganz hinten in euch kaputt das hinterlassen noch mal weiter wie kann man nicht die kettensäge einfach mitnehmen ja genau warum nicht einfach so noch mal weiter endlich jetzt kann sie auch mal weitergehen und ich weiß nicht ob stadt running oder nicht mal schauen irgendwie schon mal ein fall du machst das ja schon ja ich habe geschlossen dass das schuld waren norm norm ausgezeichnet und jetzt weiß ich denke was jetzt kommt und da könnte auch nervig werden überhaupt wie lange das kapitel wort neu ist du hast sie aufgemacht wie eine rechte ich habe auch kein roses kauf mehr hatte ist das ist eine könne dass ich die stelle mit den ich glaube ich weiß es ja okay wenn ich mich nicht irre ich glaube dann kommen jetzt motorräder ja ja okay hallo ich muss muss mir jetzt konzentriert oh mein gott dem geht's gut sich auch drehen also ja 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 ich wau mal auf wie ich 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 nehme die rechte seite ich wusste einmal einmal frecken wir auf jeden fall ja ja weil die knöpfe auf der tastatur ja ich habe mein kommando auch verkackt ein bisschen davon ich werde den falschen gerückt die rechte seite du nimmst die linke seite keine ahnung ich schieße ein und du schiebst ein bei mir war etwas anderes jetzt ja bei mir war so was zählt bei mir ist die katze gerade so asynchron aber egal das ende von cheva wir haben es geschafft unsere helden die bzart ja man am i glad to see you guys kaptain stone chris redfield chris redfield shiva thanks josh i owe you one you guys know each other i trained under josh he taught me everything i know shiva became little sister of the team now shiva you must continue your search for erving according to the data we retrieved from the hard drive we believe he is moved on to the mining area there is more info inside we will follow after taking care of business here and keep your radio handy just in case just in case wer ist denn just in case der verwandt mit justin beaver jill so gerade gesagt chill chill doch mal selber ja wir haben es geschafft 2 1 aber kein ranking bei mir habe also ich habe b das wir einfach sagen wir kriegen bei der hey du hast in einer stunde und zwei minuten ich habe in 20 minuten und das zählte wir hatten technische probleme dabei vergisst es nicht ja okay du musst weiter drücken ja nicht auch okay und dann machen wir mal die aufgabe und dann sehen wir uns im nächsten part wieder ja bis dann ciao